Hi, heute machen wir die Mon Amour Tour. 11 Restaurants in 7 Stunden. Schauen wir mal, wie viel wir runterkriegen. Wir starten unsere Reise mit einem Falafelwrap in der besten Location in Grauz. Vom Grießgürtel. Nächster Pols vom Mangold. Ein Hei vom Landhafen. Was haben wir hier? Hier haben wir gutes Essen. Fast geschafft. Das ist erstmal Genuss pur. Das ist ganz aus Graz. Ein architektonisches Masterwork. Die Kamera schauen. Essen. Eine gute Polenta. Und gut Schlausberg. So, hier beim Parkes war es jetzt leider so gut, dass ich vergessen habe, ein Video zu drehen, als wir zuerst noch da waren. Sorry. Und worauf hattest du? Aus fucking Essen. Fassinacentrem. Super. Lecker. Und noch was anderes. Wir waren jetzt bei der Loge. Wir haben ca. 30 Minuten gewartet und in anderthalb Minuten gegessen. Sorry. Wir haben es jetzt leider etwas eilig, weil wir mit zwei Bibelmenschen im Stadtpark eine längere Diskussion über den Sinn des Lebens gehabt haben. und müssen uns schauen, dass wir jetzt die letzten 2 bis 18 Uhr noch erreichen. Man könnte sagen, Gott hat uns vom Weg abgebracht. Nimes ist praktisch. Das können wir gleich to go mitnehmen. Das war eine ausgiebige Tour von Gusto Gorilla. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mehr gibt es unter gustogorilla.com oder .de oder keine Ahnung, wer ihr beschreibt. Irgendwie googeln oder einfach.